Guck mal! Oh. Soll ich mich jetzt wehren oder nicht? Oh Gott. So, also wir können von mir aus. Ach so, guck mal. Wer macht die Gruppe auf? Ich. Mach du. Ich glaube einladen, Tyrox muss mal stehen. Stehen bleiben. Fertig doch, Mensch. Ach so, ich muss erst mal gucken. Hab ich denn? Nein, hab ich nicht. So. Weiter im Spiel? Ja. Na ja. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, wir haben die Quest abgeschlossen. Das, äh, ja. Äh, goldene Quest, sprech mit sprechende Ceska. Und dann hab ich bloß noch ein paar Ene Training und zwei blaue. Übergib Pearu Steinhans Brief. Sprech mit Alptraum geplagte Ceska hab ich noch. Äh, sprech mit... Kan... ...Kanalin oder... ...Korra... ...Korra... ...Übergeb Pearu... ...dessen komischen Brief. Sprech mit Alptraum geplagte Ceska, dann die Goldene... ...zerstört... ...oh... Ja, warte. Bin falsch. Ähm, ja, du lagst auch mittendrin. Ja. Ähm. Tu mal bei Discord deine Mikrofonempfindlichkeit ein Stückchen runter schrauben. Hier ist einer gespawnt. Nein, Leute, ich hab keine Lust, Leute. Töte ihn doch! Den darfst du jetzt töten, ne? Okay. Chill. Kyrox, das war der Friseur. Was? Bei dem konntest du Haare schneiden. Was? Sag mal. Sag mal. Ja? Ernsthaft? Nein. Hahaha. So. So. Jetzt nochmal. Ich... Ich muss mit... ...mit zwei komischen Typen da reden. Dann... ...so einen komischen Brief abgeben. Alptraum geplagte Ceska reden. Dann die Goldene... ...und zerstört die Odium-Lore. Äh... Das Zerstören hab ich zum Beispiel gar nicht. Das war ja noch da im Portal drin. Ähm... Ne, ich hab ja komplett das ganze Ding dort gemacht. Ich nehm Discord nicht dran. Boah, Discord hat schon wieder scheiß Verbindung. Ja. Äh... So, dann verwerf ich diese Quizfelter. Na guck doch erst... Das nicht machen. Achso, warte mal. Weil wir grad beim Verwerfen sind. Ähm... Hä? Ne... Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch... Ch-sch-sch-sch-sch-sch... Si-sch-sch-sch-sch-sch... Nö. Die hab ich überhaupt nicht drinnen. Nicht mal bei ausgestalten. S-ch-sch-sch-sch. dann machen wir jetzt einfach so weiter weil jetzt sind wir ja eigentlich auf selbst ja dann los müssen wir jetzt mit diesen komischen brief abgeben wo muss man dann irgendwo in diese richtung mir wird da was die andere ist die der uns lager so gut ernsthaft jetzt hast du mit der ich mich setzen konnte es ist auch so viel luft dazwischen zu mir das können wir gleich ändern alles klar mein gott das hört sich so falsch an was denn ihr habt aber einfach nein ich möchte die dritte werden ich will vorschlagen dass wir nach lager drehen ja können wir gerne machen das wäre einmal dann in die richtung in die richtung da geht es aber nicht weiter müssen da langlaufen da geht es aber nicht weiter nicht nee wir müssen erst mal aus der instanz hier raus äh guck doch einfach mal auf die map das ist es ja halt da wird man nicht schlau da kann man weiter das ist die ganze map ja da kann man weiter einfach mit den vögeln hinfliegen ja aber über gleiten ach so dann sag das doch wie bin ich hier reingekommen keine ahnung 800 der wird es nicht verarschen wo bist du denn jetzt erst da hinten irgendwo Wir sind weiter geflogen Wir laufen dir mal entgegen Ich kämpfe Da bist du Boah, was ist das? Das ist ja ein Megaviel Das töte ich jetzt Komm mal Ja, ich muss kämpfen hier, Mensch Loot kann ich auch noch Mitkommen Äh, was seid ihr jetzt? Hinter dir Äh, okay Hier Ja, ja Ich muss mal ganz kurz die Soundeinstellung ein bisschen So So GG, ich hab nur noch 600 Bluten, aber Ja Ja, wohin? Eigentlich müssen wir da über die Brücke und dann in Doch, wir müssen in die Richtung dann Erst über die Brücke Über die Brücke, also in die Richtung Ja Da ist ja noch was, hier wartet man, hier wartet man Ja Hier, was ist denn das hier für ein Typ hinter mir? Äh, eine Tirox? Ja Was war das grad für ne Position? Ich weiß es nicht, ich war gelähmt Die sah so dämlich gerade aus Okay Ja Ja Dann Passt eindeutig zu deinem Charakter, der Frau Ja Ich möchte diesen Kack chinesen, äh chinesen links Haarschnitt beibekommen Wir müssen da in die Richtung Ja Hier, Schatzi, wir vertrauen jetzt alles an Warte mal, wo rennt ein Schatzi hin? Hä? Ich bin da rübergeglitten Hä? Ja Im Teil war es irgendwo da unten Nein Alles klar? Ich hab auch Fallschaden kassiert Schon scheiße so, ne? Zoff Ja Äh, Strahansbrief Geplagte Ceska Noch irgendwas, Ceska Hä, wo seid denn ihr jetzt? Ich wurde aufgehalten Da ist Titox Moin Ja, was ist mit dir los? Wieso hältst du deine Brust? Alles gut bei dir? Er hat kaum Leben Alles gut, warte So, jetzt geht's dir gleich viel besser Geil Danke, Ike, jetzt bin ich wiederholt Geil, ne? Danke Es ist die Wettrennen Wettrennen Schneller wie ich, also Wettrennen Komm, Warte Also, Schatzi, noch Gleich mal vorne weg Wenn wir hier falsch rennen Du uns in die falsche Richtung führst Und dann an irgendeine blöde Hexe verfütterst Damit du stärker wirst Dann, dann mag ich dich nicht mehr Komm, komm So, erstmal hochglitschen Oh, da oben, sollte ich Ja, ich bin hier oben Ja, ich bin hier oben Warte, ich komm auch gleich, keine Sorge, halt Ääähähähähähähähähähähm Ach, scheinen reicht für's Erste Ach, scheinen reicht für's Erste Aber nur fürs Erste, halt, ne? Ja Ich bin schon gekommen Ist sicher, dass wir jetzt richtig laufen? Ja, wir müssen dann hören da Wir müssen doch in dieses komische Fremd, oder? Ja, da ist doch ein komischer Punkt Ihr lauft den Umweg Da ist der Punkt Hey Oh mein Gott, hier ist auch Oh mein Gott, hat die auch einen Schwarz? Ich glaube, hier sind wir richtig Nehmt euch vor den Lieferisten in Acht Ich glaube, hier sind wir richtig Nehmt euch vor den Lieferisten in Acht Fest Ja, das ist ja auch noch nicht die Na toll, doofe Kuh Die traut sich ja was Jetzt muss ich einfach mal kurz gucken hier Das wäre ich gerade voll der Umweg Äh, was da macht Aber ihr musstet ja vorlaufen Na, wo willst denn du jetzt hin? Äh, Kistee? In des Kindodoslager, ja Kistee? Hätten wir ihn abkürzt Ja Das heißt aber Kindodoslager da Kistenhirnlager Ach, das dort oben So bei dem wir gerade sind Sag das doch Genau, sag das doch Ach, Schatzi Hier, aber warten könnt ihr nie noch Ihr seid doch vorgelaufen Ich bin hinter euch Ich sehe da oben bloß zwei blaue Namen hin Und höf, äh, 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 genau Ach, ja ich bin sicher Bei den Ja, ich triede hier hinten ein paar Monster Wäß? Ich Тje hier hinten ein paar Monster Ach, den dahinten Das ist aber in falsche Richtung, oder? Ja Wunder ich nicht Wirklich? Ja Wunder ich Guck mal, schwebende Spermien Das ist die bekämpft schwebende Spermien. Was denn? Das ist was ganz natürliches. Bleib zu männlich. Verstehe ich nicht. Dass ihr euch Frauen da immer so habt und geeckelt davor. Das verstehe ich nicht. Ich habe richtig geeckelt. Ich habe ein Mädchen. Ah, da unten ist noch einer. Harald! Ah, die gehen mir auch nicht ins Feld. Warum sind wir jetzt den Umweg gerannt? Das hätten wir noch viel einfacher gemacht. Sag ich doch, aber ihr seid ja vorgerannt. Nee, du bist vorgerannt. Nein. Doch. Ich bin da, wo die Abkürzung ist, habe ich immer wieder mal erwähnt, dass es... gibt. Nein, du bist vorgerannt. Ja? Kannst du da gerne mal in deiner Aufnahme nachschauen? Wo sind wir eigentlich? Äh, ups, ich habe vergessen aufzunehmen. Äh, genau. Oh, Endeavor. Ach, so eine Frage. Wie ist das denn? Ach, okay. Ich habe euch erwartet. Okay. Erreichest Stufe 27